Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Heizstrahler für Babys Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Heizstrahler für Babys Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Trotic Infrarot. Diese Infrarotheizeinheit kann schnell in der Ecke eines Raums positioniert werden und erwärmt kleinere Räume ziemlich schnell. Es ist ebenfalls sicher, da es über ein integriertes Kippschutzgerät verfügt. Das Gerät schaltet sich so schnell aus, wie es umgeht. Das Produkt überzeugt vor allem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen schönen, modernen Stil. Es ist ebenfalls wertvoll und erzeugt eine wirklich angenehme Wärme mit. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Rehwickeltisch-Strahler FWL. Das Gerät verfügt über zwei Heizstufen 400 und 800 W, so dass die Wärme nach Bedarf angepasst und mit zwei Schrauben und Dübeln sicher an eine Wand angeschlossen werden kann. Das Gerät verfügt über eine schaltbare automatische Abschaltung und eine hervorragende Temperaturzirkulation. Es sieht auch insgesamt sehr stark aus, bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet angenehme Wärme, so dass sich Babys rundum ausgezeichnet fühlen. Auf Platz 3, haben wir die Rehwickeltisch-Strahler. Die Strahlungsheizung von Reh kann flexibel entweder als Standheizung oder an der Wand montiert werden und ist in dieser Serie zum klaren Testsieger geworden. Es gilt daher als das beste Strahlungsheizgerät für Kinder. Das Strahlungsheizsystem verfügt über zwei Heizstufen 400 W und 800 W. Eine schaltbare automatische Abschaltung, Neigungssicherheit und wird nach medizinischen Standards geprüft. Die Teleskopstange und der Fußhalter werden zerlegt geliefert und Sie können völlig frei wählen. Um Zug auf Nummer 2, haben wir die Heizstrahler, wickelte Schwärmestrahler. Das Glühheizsystem hat drei verschiedene Heizstufen 650, 1350, 2000 W, wird innerhalb weniger Sekunden warm und verteilt die Wärme relativ gut. Es kann ebenfalls entweder als Parkheizung verwendet oder an der Wand montiert werden und bietet ein allgemein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Heizlampe verfügt über einen integrierten Kippschutz, einen Splitterschutz und einen großen, schweren Sockel, so dass sie stabil und sicher ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Kesser Infrarot-Heizstrahler. Dieses Glühheizsystem eignet sich zur Montage an der Wand und hat drei verschiedene Leistungsstufen 750, 1500 und 2000 W. Es wird mit einer Druckknopfsteuerung beliefert und erwärmt sich extrem schnell. Die Wärme reicht für eine Größe von circa 3 Metern. Dieses Modell hat zwei Nachteile. Das erste wäre, dass es leider nur mit der Druckknopfsteuerung verwendet werden kann. Leider bedeutet dies. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.